Wir hatten ein ganz klar sturer Problem. Der Alex Freie ist nicht zufrieden mit seiner Situation in Dortmund. Aber während dieser Situation ist er absolut zufrieden. Ich denke aber nachher vor, dass wir das packen können. Wenn der Haken-Yaki extra nicht auf Bote verspielt gegen Moldabie, ich habe von meiner Zeit bereits kommuniziert mit den Medien, dass Spieler und ich Spieltags mit mir keine Chance anwerden. Wir haben ja bereits seit 5 Monaten kein Fischspiel gemacht. Und wenn wir mit ihnen zwei aus dem Wurstgruppen Kinder haben wir dann eine Ruhmach-Belastung neu, und ich habe sie auch gleich durch den Hummel gehört. Das ist doch alles von mir. Danke für unsere Spitzgruppe. Jani, Jander, Ottmar, Hitzfeld. Wir werden jetzt auch Gewünflose durchmachen zusammen. Ich freue mich, dass die Dauer zur Durchsvee-Wäsche benennt, die uns geholfen ist, dass wir von Durchsvee gekommen haben. Ich möchte vorweg vielleicht eine Verkehrsmeldung durchgeben, und zwar Rückfahrzeiten von den Bussen 1 bis 4. Die Dauer waren ... ... ... ...